Ich weiß doch, wo alles ist. Wo dick ist er nicht? Wie du siehst... Starte! Wo dick ist er? So ist es für den Zick und eine... Treffer, einmal quer über den rechten Oberschenkel. Eins mal ein. Eins, nur Kulupus. Hast du doch eben gesehen. Fugnate! Starte! Doppeltreffer. Beide Schulter. Fugnate! Starte! Doppeltreffer. Wer, welcher? Der? Der mit dem Held? Oberschenkel zur Rückseite rechts. Wer wurde gekommen? Zufällig. Was? Ich konsultiere mal meine Summa Tertiär. Was? 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 Fugnate! Wir haben ja dieses Jahr wirklich was abgefasst. Starte! Rumpel! Po. Einmal schön quer am Po. Finger am Po, Mexiko. Rieser Teno, ist die das? Die geht perfekt. Pugnate! Was war das? Los, Gruppe, starte! Alle zeigen nach rechts. Starte! Steht 2 zu 0. Einmal am Bein, einmal Po. Pugnate! Ich würde es nicht, als wäre es langgestreiflich. Ich würde es nicht, als wäre es langgestreiflich. Mittlerweile sind wir noch... Okay, Sie lassen die Hälfte einmal quer hier über die Rückseite. Muskelgewebe ein wenig irritiert. Also, die Eierhändle sind eher von der Rückseite. Pugnate! Ja, also... Steht da weiter. Starte! Sehr schöner Treffer auf der Seite. Steht 2 zu 2. Komm! Ein, ich glaube, Melle, Melle, Linn. Stitti ist noch reiße. Pugnate! Starte! Doppeltreffer! Mit der Joker-Technik hat Lynx angegriffen! Und... Starte! Doppeltreffer! Jungs, machen wir ein bisschen Abwechslung. Jungs, reden zweitgeschlechtlich. Vergesst eure Deckung nicht! Ihr habt Zeit! Fugnate! Starte! Damit ist es entschieden, Lynx hat getroffen, am Bauch von Lupus! Damit schüppel ich nicht mehr. Liebhaben! Genug wieder auferstehen! Gut geht's, weiter geht's! Hahahaha!